Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, heute wollen wir uns ein wenig um den Distillation Tower kümmern, denn wir müssen ja langsam auch das Benzin bzw. den Treibstoff für die Rakete herstellen. So, was ihr ja gemerkt habt, ich komme unregelmäßig immer dazu, GT aufzunehmen. Ähm, da habe ich mich jetzt auch entschlossen, dass wenn die Folgen etwas länger sein sollten, dass ich dann wieder einen Hardcut machen werde, dass ich wenigstens ein paar Folgen immer zusammenkriege, dass mir wenigstens Samstag und Sonntag die Folgen haben. Äh, ja, weil sonst ist das, finde ich immer ein wenig doof, dass ihr dann immer zwei, drei Wochen warten müsst, bis es mal wieder eine neue Folge gibt, weil, wie gesagt, kann irgendwas wieder dazwischen kommen. Und das ist ja nicht schön. Also, ich habe jetzt schon mal, äh, Stainless Steel Frame Boxes hergestellt. Äh, das ist das da, das sind einfach nur, äh, Stainless Steel Rots, vier Stück. So, und jetzt brauchen wir noch sechs Stacks. Wobei, Stacks weiß ich gar nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall davon ein paar Platten. Das machen wir jetzt gleich. Machen wir mal rein. Schauen wir mal, wie weit das mal kommt. Wie viel wir das mal noch brauchen. 21 Stück Hammer. Hätte ich gesagt, machen wir gleich nochmal zwei Stacks. Und, äh, ja, warum Hard Cut? Genau. Ähm. Weil ich halt auch vor allem festgestellt habe, ähm, dass die Vorbereitungen, um weiterzukommen, äh, mittlerweile extrem ist. Also, ich habe jetzt alleine um, äh, den Destillation Tower, also nur das hier. Und da habe ich noch das nicht produziert und das noch nicht produziert, sondern nur den, den Data, den Workstation, den hier. Vier Stück. Habe jetzt gerade mal so, äh, aus Spaß mal ein wenig die Zeit mit notiert. Ja, haben wir jetzt gerade, oder habe ich jetzt gerade, über zwei Stunden gebraucht, um diese vier Secrets herzustellen. Weil man muss ja alles vorproduzieren und dann muss man von dem einen 16 machen, vom nächsten 8 machen, um vier rauszukriegen. Ja, und, äh, das ist halt, ja, dann halt leider der Nachteil. Das Pack ist cool, macht viel Spaß. Äh, sehr aufwendig, man muss nachdenken. Total toll. Aber, hat halt auch den Nachteil, dass es halt etwas länger dauert. Wie gesagt, zum Beispiel, ähm, da muss man Tantalum herstellen. Tantalum dauert zum Beispiel im Blast Furnace schon mal alleine. Ähm, zwei Minuten. So, und dann ist es halt, äh, nicht gerade prickelnd. Moment, Moment, denn, z.h. Okay. Habe ich da noch einen übrig? Ja, natürlich nicht. Ähm. Ah, okay. Dann brauche ich mal Stahl. So, und ich brauche ja noch die... Das Schlimme ist eigentlich, dass er den schon wieder nicht mehr erkennt. Ich glaube aber, weil er schon den, äh, abgeschlossen hat. Warum auch immer, dass er den abgeschlossen hat. So, Mente, Z, brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, ich habe jetzt davon acht einstecken. Davon brauche ich jetzt vier. So, dann brauche ich für den hier zwei Zinnkabel. Und für den hier zwei Goldkabel. So. das heißt, ich brauche jetzt Rubber. Das muss ich da rein. Ach, da rein. So, dann, äh, kommst du da rein. Ich habe vier Zellen. Klack. Ich sage euch eins, ich bin zu froh, wenn ich auf dem Mond bin. Dann habe ich nämlich, äh, ja, sozusagen den ersten Meilenstein, äh, endlich gepackt. So, dann brauche ich hier die Circuit Nummer acht. Komm mal rein. Komm mal rein. So. Na komm, das ist LV-Machine-Casing, Pin-Cable, HV, Goldkabel. Weil das ist halt das, was ich jetzt, äh, bis jetzt noch nicht gepackt habe. So, Maintains. Ähm, schauen wir mal. Vielleicht kriege ich den im Rucksack hin. Den werde ich auf jeden Fall brauchen. So. Main Tens. So, Schraubendreher und Cutter habe ich noch nicht. Beziehungsweise habe ich schon. nur auf falsche Position. Zack. So, dann kommst du jetzt daher, du kommst daher. der, 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 Säge, Beile, Hammer? ach so und soldering iron raus jawohl du raus du raus du rein so du rauf du runter so jetzt brauche ich dann hier nochmal eine pumpe das heißt ich brauche jetzt auf jeden fall noch mal ein stainless steel fluid pipe ich brauche noch ein motor von motor motor habe ich alles da ich brauche noch ein stahlrotor der stahlschraube dürfte kein problem sein goldkabel ist auch kein das heißt jetzt brauche ich da noch mal drei und dafür brauche ich für large brauche ich 6 ok das heißt jetzt dann ich brauche 12 so dann brauchen wir large ich brauche noch fünf stahl vergessen motor das ist in ordnung und er weg dann brauchen wir bitte den normalen auch weg motor ist da jetzt darf man alles haben ich habe aber eine ganz große befürchtung mv energy das most of the useful receives ok also entweder ich muss jetzt schauen ob ich ein mv energy habe oder sogar vielleicht sogar ein hv brauchen wir auf jeden fall auch noch als motor und ich brauche noch eine stahlschraube habe gesagt ok dann habe ich die nächste dann habe ich jetzt die zwei punkten ok dann brauche ich jetzt noch mal eine 4 davon so 1,2,3,4 meiner Meinung nach müsste das da hinkommen das müsste meiner Meinung nach da hinkommen und das müsste meiner Meinung nach da hinkommen jawohl und ich habe endlich den distillation tower maintenance habe ich cleanless habe ich auch noch eine andere quest so dann muss ich jetzt mal schauen ähm habe ich wenn ich glück habe mv energy hedge jawohl habe ich okay muss ich mir das mal angucken äh 3 bis 3 mal 3 bis 12 mal 3 bis 3 okay i length und in den hole ah ok controller from front bottom clean stainless steel machine casing sieben mal höhe minus fünf minimum fläch toll toll hat mir keiner gesagt dass ich noch matthekurs vorher machen muss ok energy hedge is any casing maintenance hedge habe ich auch input hedge output was output hedge das heißt ich brauche jetzt eigentlich ich brauche jetzt eigentlich ja weil wir brauchen ja space race da steht noch ein bisschen info dort was man machen muss und dann äh geben wir ans rocket fuel und wir brauchen kerosin und fürs kerosin äh packt man coal tar rein und ich brauche auf jeden fall bis stockwerk nummer fünf das heißt wir gehen jetzt auf jeden fall man die raffinerie rein da kommt nämlich das ding auch hin drilling rig drilling rig 2 dann müssen wir langsam führen bauen destillation tower momentan baue ich den 2689 2689 245 ok ja das sollte ich ganz schnell zu machen weil sonst ja glaube ich kenne ich mich selber wenn ich jetzt sozusagen stundenlang mich hinstellen um circus zu bauen bin dann fertig bau den auf und es fängt das regnen an und das ganze ding fliegt mir in die luft was dann kann ich mich selber nur leiden dann kann ich mich selber nur leiden kann es sein dass mir die steine ausgehen okay ich bin die steine aus ja sind nicht schön ausschauen muss ja nur funktionabel sein erst mal okay so distillation tower wir ständig mal hierhin okay soweit es ist fertig und richtig da kommen die zwei jetzt dahin jetzt nach unten zeigen müssen jetzt kommt auch weg so und jetzt brauchen wir ja noch zurück wo die blog so in potenzial maintenance maintenance any casing so wie gesagt noch mal hier so dann controller front bottom clean stainless steel machine casing ja energy hedge any casing maintenance als energy habe ich meinte jetzt habe ich in potenzial das heißt wir müssen wieder in die werkstatt habe ich jeweils noch alles in meinem lv rum flacken output hedge lv output hedge ja was brauche ich noch und input hedge brauche ich noch okay dann der Input-Hedge wäre ja fast intelligent als MV. Ja, wobei, nein, ist scheißegal. Das mache ich ja mit einem Super-Tank. Mache ich alles LV. Weil Stahl habe ich, glaube ich, momentan noch mit am meisten, ja. Dann heißt es jetzt nämlich für mich, wir machen jetzt Platten. Dann brauche ich Zinnkabel. Wie gesagt, ich brauche einen. Einen habe ich. Ich glaube, bis 11 kann ich raufgehen. 6 machen wir jetzt erst einmal. So, kommen hier jetzt 12 Stück rein. So, dann habe ich jetzt, dann brauche ich jetzt Poly. Also, einen habe ich. Das heißt, sie baut da noch 5. Und noch einen ist 6. Das heißt, sie baut 12 mal Poly. 6. Jawohl. schauen wir mal da müssen aber sogar glaube ich sogar achtstück werden du rein du rein dann haben wir jetzt elf vom maschinenhall so vernetzt brauche ich auch mal poli davon brauche ich fünf aber jetzt und hier habe ich jetzt jetzt 144 hier wohl so input hatch und da unten müsste dann der output hatch sein ne genau davon brauche ich jetzt auf jeden fall sechs stück dann habe ich das ist dann hoffentlich auch glas fertig soll das heißt jetzt hier ist ja ja man muss ja gucken als 1 dann brauche ich sechs tanks ich bin mal froh dass ich sowas mal auf lager habe juhu also 5 dann in 1 kommt rein da kommt rein dann lässt genau so ich weiß es nicht ob ich euch schon gezeigt habe oder nicht wenn ich es gezeigt habe seht das noch mal nein ich zeige euch nix weil es kommt blatt mond juhu brauche ich jetzt ganz doll eine tür habe ich noch euch noch eine zweite eine tür rausnehmen soll ich noch Carpentersblöcke da Assembler 1 zu 1 nur so dann habe ich auf jeden fall auch die Türen dabei ich brauche ich habe jetzt drei input hatches gebaut ich in potetsch bei nur 1 ja weil ich mal wieder nicht geglotzt habe so das heißt ich brauche jetzt noch mal 8 so dann kommt da 24 hin hoffe ich mal dass ich auch noch 8 rauskriege sonst wird es gleich ganz übel so zu trauen ist es mal so 2 habe ich machen wir mal 16 und davon brauche ich noch mal 4 ja ja das ist nicht schön rot hier das ich bin dann am wenigsten mal wieder auf der minimap monster total witzig so brauche ich dir von 4 brauche ich dir nochmal 2 tanks ähm ähm reichte gar nicht nie mir würde einer reichen aber nee auch noch einen tank und rein so jetzt 2 und was ist schön ist noch ein tank jetzt brauche ich nochmal 4 poli wie gesagt wenn man Singleplayer ist kann man sich nicht von Monstern retten jo und hier äh ja und ich bezweifle dass sie mir sehr gut ausgeleuchtet haben gut dann lasse ich die jetzt laufen wir sind jetzt ungefähr bei 30 Minuten das ist sehr schön weil dann beende ich nämlich jetzt die Folge und wir sehen uns dann das nächste Mal wenn es dann beim zweiten Teil weitergeht mit dem schönen Tower bis dahin ciao tschau Vielen Dank.